However, der nächste Fall steht an. Haben wir hiervon schon irgendwas platziert? Ja, den Brief. Wir wissen also, das muss alles hier hin. Das Ding geht da hin und damit kann der Highway nur noch hier hin. Ein Träumen. Ein Träumen? Stimmt nicht mit mir. So, das muss zwangsläufig nach ganz oben. Das heißt, das kann nur noch hier hin. Das heißt, die Hand geht nach hier. Äh, das Foto und Town Square. Oh, Town Square kann nur noch hier hin. Dann muss das wohl da hin. Ja gut, wenn das so einfach ist, dann machen wir das doch so. Das Ding kann nur noch hier hin. Das Teil hat mehrere Möglichkeiten. Shit. Die Fackel hat auch noch eine Menge Möglichkeiten. Okay, du musst auf jeden Fall nach hier unten. Oh wow, das hilft mir ja nun gar nicht weiter. Ah, doch. Kommt hier hin. Okay, so. Wo du kommst, neben die Filmrolle. Das ist dann hier. Dann musst du zwangsläufig hier hin. Du musst zwangsläufig hier hin. Du musst hier hin. Du hier und du hier. Dann. Ja, jemanden vergiften ist schon eher traditionell. Ja, das stimmt wohl. Und viele tödliche Substanzen sind inzwischen aus der Mode gekommen, weil sie inzwischen einfach zu leicht nachzuweisen sind. Also wer auch immer mit diesen Morden zu tun hat, ist eventuell verärgert, dass sie dank der menschlichen Wissenschaft Einfluss verloren hat. Wir könnten vermutlich einfach den toxikologischen Befund abwarten, aber ich möchte lieber die einzelnen Hinweise verknüpfen, bevor der Killer nochmal zuschlägt. Okay. Dann verknüpfen wir doch mal. Das Ding ist auf jeden Fall irgendwo nicht ganz unten. Das kann aber noch fast überall sein. Haben wir den Town Square noch irgendwo? Nein. Okay. Trash. Äh, das Ding ist hier. Muss auf gleicher Höhe wie das Ding sein. Also hier. So. Ähm, die Rohrzange ist im gleichen Teil wie das Dinget. Also hier. Damit ist der Highway dann zwangsläufig hier. Der Fernseher hat die Position. Sonst keinen weiteren Hinweis. Können wir das sonst ausschließen? Nein. Die ID ist auf jeden Fall in der Mitte. Das können aber auch noch beide sein im Moment. Das hilft mir noch nicht weiter. Die Klavierseite ist unterhalb der Trophy. Muss also hier sein. Town Square ist überhalb der Klavierseite. Muss dann also hier sein. Äh, die ID kann also nur noch hier sein. Du bist im gleichen Teil wie die Fackel. Dann kann der Fernseher nur noch nach hier. Und du kannst nur noch nach hier. Sehr schön. Du bist unterhalb der Library, die wir noch nicht platziert haben. Schade. Die Library ist aber auf der gleichen Höhe wie die Trophy. Und damit müssen die Handschuhe hier hin. Und du musst hier hin. Und die Pistole muss hier hin. Und das Ding muss hier hin. Und du bist da hin. So. Läuft doch mit 1,39. Gute Arbeit. Du hast eine Verbindung zwischen... Achso. You drew the connection between the poison. And let me to... Yersinia. The God of Pestilence. Ähm. Frage. Fehlt hier nicht irgendwas? Also. You drew the connection between the poison. Heißt frei übersetzt. Du hast die... Verbindung zwischen dem Gift gezogen. Also es ist wohlgemerkt... Einzahl. Da... Also... Wir haben die Verbindung zwischen Gift und was gezogen. Also zwischen verschiedenen Giften wäre sinnvoll. Also entweder fehlt da... Nen S oder... Okay. Aber auf jeden Fall... Mit dem A am Ende würde ich mal vermuten, es ist eine Göttin. Aber Yersinia... Die Göttin der Pestilenz. Vielleicht meinst du gehobene Sprache? Nee. Meinte ich auch nicht. Ich meinte den Fachbegriff für Beamten Deutsch. Der mir aber immer noch nicht einfällt. Äh... Es scheint so, dass Yersinia nicht zufrieden war mit den Auswirkungen der bubonischen Plage. Was auch immer das ist. Und sie dachten, es wäre okay, das Ganze mit ein paar kleinen versprengelten Morden hier und da zu unterstützen. Was merkwürdig ist, ist, dass das getan wurde, indem Menschen dazu motiviert wurden, Gift einzusetzen, um sich gegenseitig umzubringen, anstatt die tatsächliche Krankheit zu verwenden. Also anstatt die Menschen dazu zu bringen, sich gegenseitig anzustecken. Spannend. Daraus kann ich eigentlich nur schließen, dass Yersinia Teil von einem Größeren bestreben ist. Und nicht die Hauptdrahtzieherin. Okay. So, der Teddy hat die Position, das bringt uns aber vermutlich noch nicht viel. Doch, bringt uns total viel, weil der Teddy muss auf der linken Seite sein. Kann dann nur noch hier sein. Save. Der Hammer ist zwangsläufig rechts daneben. Also dann hier. Ähm. Das Badezimmer ist unterhalb der Bombe. Die Bombe ist irgendwo in der Mitte. Die Bombe muss hier sein. Dann ist das Badezimmer hier. Äh. Das Bett ist... Äh. Oh Gott, keine Ahnung. Du bist auf jeden Fall... Hier. Dann muss das Bett... Nee. Du musst hier hin, du musst hier hin. Oh Gott, das war verwirrend. Du musst hier hin. Du kannst nur noch da hin. Klavierseite geht hier hin. Ah. Knapp über eine Minute. War aber auch ein kleines Feld. Ja. Dear Death. Madame Cactus and Princess Heatwave are tying the knot. And you are cordially invited to the wedding of the century. There will be no registry. And gifts will be promptly donated if you dare bring them. Don't worry, there is an open bar. P.S. RSVP or Parish. Das ist ein... Für was steht denn umgangssprachlich RSVP im Englischen? Googlen. Oh, okay. Das kommt von einer französischen Phrase und steht für please respond oder meint so viel wie please respond. Also man soll auf jeden Fall zu, zu oder absagen. Okay. Also prinzipiell heiraten Madame Cactus und Prinzessin Hitzewelle. Und wir sind eingeladen, sollen auf keinen Fall Geschenke mitbringen, weil die sofort gespendet werden. Und wir sollen uns keine Sorgen machen, weil es gibt eine Bar, wo wir uns frei bedrinken können. Ich finde, das klingt ziemlich super. Ich bin dabei. Okay, also die beiden sehen wohl schon, also es wird schon seit Ewigkeiten drüber gelästert, wann sie endlich heiraten. My mystery book club kept shipping Madame Cactus and Empress Moisture, but I was always Team Cactiwave. Oh, wow. Also shipping, wem das in dem Fall nichts sagt, hat in dem Fall eine komplett andere Bedeutung. To ship someone or is halt so, nicht direkt verkuppeln, aber so sagen so, ja, die beiden gehören zusammen. Und während der Mystery Book Club die ganze Zeit gesagt hat, nein, Madame Cactus und Empress Moisture gehören zusammen, hat Tod immer gesagt, nein, ich bin total Traumpaar-Fantasien. Das trifft es auch zum Thema Shipping. Tod hat immer so gesagt, nein, ich bin Team Cactiwave. Ja, also auf jeden Fall, Madame Cactus and Princess Heatwave muss passieren. Gott, it's Twilight all over again. So, wer ist Team Jacob? Hand hoch. Ich weiß nicht, ob sie mit zuguckt, aber falls ja, weiß ich mindestens eine Person, die die Hand hebt. Okay, was Tod sagt, also wenn irgendwer versucht, die beiden auseinanderzubringen mit irgendwelchen Mord-Influenz-Gedöns, dann raste ich komplett aus und vernichte die ganze Menschheit. Es ist eigentlich totaler Bullshit, aber den Fall finde ich bislang mit am lustigsten. Zusammen mit dem Cable Company Dinget. So, das Foto hat die Position und ist auf jeden Fall nicht ganz oben. Das bringt mir einen Scheiß. Cool. Okay, fangen wir doch mal hier mit an. Wir wissen, das ist alles im Feld des Fernsehers. Hilft uns das weiter? So, gar nicht. So richtig überhaupt nicht. Schade. Doch, der Town Square hat eine feste Position. Bam. Das hatte ich gerade übersehen. Gute Sache. So, unterhalb der Town Square, äh, des Town Squares ist die Hand. Äh, das kann aber sowohl hier als auch hier sein. Okay, lassen wir erstmal außen vor. Äh, wäre aber auf gleicher Höhe wie der Brief. Können wir zum Brief was sagen? Ja, der Brief ist unterhalb der Klavierseite, also definitiv ganz unten. Das heißt, die Hand ist auch ganz unten. Das heißt, die Hand ist hier. Jawohl, ja. Das heißt, wir wissen auch, der Brief ist... Dann zwangsläufig hier. So, die Fackel ist rechts vom Town Square. Das kann aber sowohl hier als auch hier sein. Ring und Gift haben wir beides noch nicht platziert. Der Ring ist aber im gleichen Feld wie der Highway. Also hier oben auf jeden Fall. Das heißt, das Gift muss nach ganz unten kommen. Dann bringt mich aber auch noch nicht weiter. Können wir mit dem Foto inzwischen mehr machen? Nein. Nicht so. Außer, dass es nicht nach ganz oben kommt. Also das Foto kommt auf jeden Fall auf die linke Seite. So viel können wir sagen. Ja doch. Und das Foto muss dann zwangsläufig nach unten. Weil es nicht... Also weil hier dann... Ja, okay. Weil in das Feld muss dann auf jeden Fall das verlassene Haus. Und die Rohrzange. Die wir aber beide noch nicht safe... Ah doch, das verlassene Haus hat sogar eine feste Position. Traumhaft. Damit ist die Rohrzange... Ah, noch nicht 100% safe. Okay. So, die Klavierseite ist zusammen mit der Filmrolle. Die kann dann nur noch hier hin. Hat das Gift inzwischen eine feste Position? Nein. RIP. Du kommst hier hin. Dann hat das Gift immer noch keine feste Position. Ach. Furchtbar. Wir wissen, der Ring... Ja, kann da oder da hin. Toll. Da die Fackel auf gleicher Höhe wie das Town Square muss, muss das hier hin. Und dann muss die Fackel hier hin. So. Hilft uns das jetzt beim Gift weiter? Nein. Trophys unterhalb vom Town Square. Das können wir doch schon mal mit Sicherheit sagen. It is something. Dann musst du mit Sicherheit da hin. Du gehst dann fix hier hin und so hier hin. Das hat unnötig lange gedauert. Aber wir haben es. So. Erinnerst du dich noch an Yasinia? Bevor wir sie mit unserem Fall in Verbindung gebracht haben, war sie tatsächlich auch zu der Hochzeit eingeladen. Deine Arbeit weist mich... Ah, okay. Ich stehe das da gerade ernsthaft auf Deutsch. Also... Deine Arbeit bringt mich auf ein paar weitere Verdächtige, die ebenfalls zu der Hochzeit eingeladen sind. Glacium. Salman der Molch. Marjorie. Entschuldigung, hab ein A vergessen. Salaman der Molch. Salaman der Molch. Wenn ich irgendwann einen Rollenspielcharakter erfinden muss, werde ich ihn Salaman den Molch nennen. Kakti-Wave wouldn't be caught alive with those ghouls. How did they ever get on the list? Okay, also die drei waren auf jeden Fall alle gegen die Hochzeit und wie zur Hölle sind die auf die Einladung... auf die, also auf die Gästeliste gekommen. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass die Hochzeit wirklich bald stattfindet. Also sehr bald. Wenn wir jetzt nicht schnell rausfinden, was hier abgeht, wird die Hochzeit vermutlich sabotiert. Na dann hauen wir doch mal rein. So, der Will ist hier schon fix. Das heißt, die Pistole und das Schlafzimmer müssen da mit rein. Die haben aber alle keine feste Position. Schade. So, wir wissen aber, rechts vom Testament ist die Bombe. Die Bombe hat eine feste Position. Soweit, so gut. So, wir wissen, das Ding ist oberhalb der Pistole. Wir wissen, die Pistole ist mit in dem Feld. Das Esszimmer hat die feste Position. Muss also hier sein. Äh, das Foto hat die Position. Kann damit noch überall sein. Schade. So, damit können wir das noch nicht wirklich einschränken. Die Klavierseite. Okay, ich schätze, wir müssen als nächstes den Herd irgendwie platzieren. Können wir das? Nicht wirklich. Schwierig. Aber wir wissen, der Ring muss hier auf jeden Fall hin. Äh, der, okay. Safe call. Wir wissen, das Badezimmer ist links vom Ring. Also nein, links, der Ring ist links vom Badezimmer. So rum. Ähm, das heißt, es muss oben sein, weil hier unten ist schon das Testament. So, das heißt, der Ring muss auf jeden Fall safe in das Feld. Das heißt, das Badezimmer muss safe in das Feld und hat eine feste Position. Also so. Alright. Und damit muss das Ding hier hin. Und damit kann das Foto nur noch hier hin. Der Teddy hat noch zwei Möglichkeiten. So, so. Ähm. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Teddy hat immer noch zwei Möglichkeiten. Ist ja furchtbar. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Got it. Case closed. Junior Crime Reaper, I have no idea how to repay you. You've cracked the case. Also, boah. Keine Ahnung, wie ich das jemals wieder gut machen soll. Aber du hast den Fall gelöst. Du hast rausgefunden, dass die fehlende Verbindung Daphodil, die Gottheit der Hochzeitsplanung, tatsächlich der Schuldige oder der oder die Schuldige ist. Oder der Täter. Äh, okay. Also, Daphodil hatte ein bisschen was gegen die Entscheidung des Paares. Am meisten, dass, äh, die allgemein üblichen, die allgemein übliche Geschenke-Registrierung, also dass es halt jemanden gibt, der sagt so, hey, das ist die Geschenkeliste, schenkt den Leuten mal was von der Liste und fragt mich vorher, damit sie nicht Sachen dreifach kriegen. Also, dass, dass das abgelegt, äh, abgelehnt wurde. Also, hat Daphodil Yersinia auf die Gästeliste gesetzt, um die Leute zu vergiften, um, okay, das ist, oh, okay, um Seelen zu ernten. Und die Seelen hätten sie, oh, verwendet, um den Hochzeitskuchen zu verfluchen. Verfluchter Kuchen. Es klingt nach einer fantastischen 3X-Folge. Die 3X und der verfluchte Kuchen. Schwer dafür. Ähm, und die Sahnehaube auf dem Ganzen war, dass sie dazu noch die Leute auf die Gästeliste gepackt hat, die Madame Cactus am wenigsten mag. Okay. Was, je länger ich drüber nachdenke, bedeutet, dass, äh, ich vermutlich nie hätte auf dieser Liste sein sollen. Ja, schade. So. Ich mach mal auf normal weiter. Ich würde das Letzte noch mal auf Experte machen, damit wir noch einen Experte drin haben. Aber es ist ja nicht schwieriger, wie wir schon festgestellt haben, sondern nur mehr Zeitfresser. So, können wir hier schon was zu sagen? Jo, das ist alles in dem Feld. Bringt uns aber, ah, wobei, bringt uns das was? Nope. Okay, der Hammer kommt, äh, damit auf jeden Fall hier irgendwo hin. Okay, das bringt uns aber noch nicht 100% weiter. Gut, dann, wir wissen, das ist alles in dem Feld hier. Du hast eine feste Positionierung. Traumhaft. Damit bleibt auch nur noch ein Feld für den Crossbow. Die Fackel hat eine feste Position. Das kann auch fast alles sein. Sonst keine weiteren Hinweise. Schade. Können wir hier sowas sagen? Das können im Moment noch drei Felder sein. Es muss auf jeden Fall in der Mitte sein, weil es ist rechts vom Fernseher. Nee, Moment. Ah, die sehen immer so ähnlich aus. Es muss nicht in der Mitte sein. Never mind. Es ist rechts vom Fernseher und rechts vom Crossbow. Dadurch, dass es rechts vom Crossbow ist, muss es hier in dem oberen Bereich sein. Und dadurch, der Fernseher kann nicht ganz links sein, also muss der Fernseher hier sein, also muss das Ding ganz rechts sein, hat die feste Position. Dann. Der Fernseher hat eine feste Position. Der muss dann zwangsläufig direkt hier hin. Das Foto geht hier in das gleiche Bereich wie die Klavierseite. Ist dann also hier. Der Brief hat tatsächlich noch zwei Möglichkeiten. Verrückt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sekunde. So. Können wir zur Fackel schon was Näheres sagen? Nö. Town Square. Town Square hat eine feste Position oben mittig. Hammer ist auf jeden Fall auf einer Höhe mit dem mit dem Dinget. Okay. Hydraten. Vielen Dank für den Hinweis. Gute Sache. So. Wir wissen. Die Bombe kommt hier in das mittlere Feld. Und das Haus kommt ganz nach rechts. Aber das hilft mir alles nicht weiter. Nicht exakt auf jeden Fall. Wir wissen aber, du musst dann auf jeden Fall da hin. Und wir wissen, jetzt die ID kommt zwangsläufig hier hin. und damit sollten wir den Rest eigentlich lösen können. Und damit geht die Bombe hier hin. Damit geht der Hammer. Ne, das... Oh Gott, das ist furchtbar. Die Fackel geht hier hin. Jetzt können wir es aber. Dann geht der Hammer hier hin. Dann geht das Ding da hin. Dann geht das Ding da hin. Es ist immer so... man denkt immer so, jetzt müssen wir den Punkt haben, wo halt alles sich in Wohlgefallen auflöst. Und dann so, nein, haben wir immer noch nicht. Schade. Okay. Was ist denn der letzte Fall? Okay. Es gab also einen Hammer am Tatort, ja? Mhm. Ich schätze, das Motiv liegt deutlich tiefer. Hier geht es um deutlich mehr als nur die falsche Verwendung eines Werkzeuges. Mir persönlich fallen spontan keine Gottheiten ein, die irgendeine Verbindung zum Bau oder zu Häusern hätten. Aber was? Aber dieser Fall hier scheint sich zu etwas Größerem aufzubauen. Wow. Dieser Wortwitz. Gucken wir mal, ob wir weitere Verbindungen zusammenzimmern können. Oh Gott. The puns. The puns are real.